Ich hole mir kurz das Drehbuch. Hast du dir eine Line gezogen? Nein! Dreh dich zur Tür um und rede. Dein echten Kopf! Geht alle in den Schrank und mach die Tür zu. Alle? Alle. Ich hab was über die Tür zu machen. Okay, geht jetzt in den Schrank. Nee, geht wieder raus. Geht in den Schrank. Die Pferde sind Stühle. Äh, die Stühle sind Pferde. ich will auch ne leser anzeige was für pferde warum macht es das kann man darauf reiten vielleicht ist es auch so ein spiel ent enten sich gefangen Okay, ich geh wieder runter, okay. Nee, 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 jetzt stehst du aber, ne? Scheiße. Alles okay? Ja. Ja. Ja, ja. Der Rücken schon wieder, ne? Ja. Mit deiner Rückenprobleme. Oh, das ist doch nix. Du brauchst nicht zum Arzt. Mein Rücken. Guck ihn dir an. Guck ihn dir selbst an. Das ist schlimm aus, oder? Nee. Das ist eigentlich noch normal. So weit darf man den Kopf schon noch drehen. Aber nicht weiter. Geht ihn dir raus. Wurde ihr zu kracken? Lass es nicht raus, nein. Warte, tu zu. Geh in meinen Schrank jetzt. Warte, tut zu. Okay, guckt euch. Guck so, so ein bisschen, so in die Mitte so. Oder guckt euch so gegen... Guckt alle an auf einmal. Alle an auf einmal. Alle an auf einmal. Es gibt vielleicht einen Blick, wo ihr alle auf einmal einen Blick habt. Guck. 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 Ich glaub, ihr soll einfach in die Ecke gehen. Guck. Ja. Guck. 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 Das ist doch. Guck. 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 Und? Zum Ofen? Oh. Das ist der Dispenser. Ja, aber ich hab' nicht... Äh. Nochmal, ey. Geh zurück, Gretz. Ich hoffe, die Tür zu ficken. Äh. Da ist eh. Und dann fängt wieder an. Äh. 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 Das Problem, was ich mit diesem Hüchchen hab, ich weiß, wie du es kaputt kriegst. Äh. Äh. Du kannst es nicht kriegen. Äh. Denk gerade in der Ecke. Erschlag. Das hängt in der Ecke. Ja. Ist ja egal. Erschlag ist. Ja. Oh nein. Das ist fänglich. Ich spät rein. Ich hab's. Mhhh. 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 Ich hatte Wasser am Mund. Hahaha. Mhhh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020